Forbes, look, Mama, I made it to Forbes! Ich bin gespannt darauf und ich schätze mal ihr auch. Wir sind stehen geblieben, wir haben Novacraft repariert und waren dann wieder in der Werkstatt von Page und wir müssen als nächstes eben zum Mr. DeCastellac auf diese Insel eben und ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Wir legen gleich mal los, hätte ich gesagt. Wir gucken, wir haben gerade mal eine Nachricht bekommen. Ich möchte sie so bald wie möglich auf der schwarzen Insel treffen. Es geht um viel Geld. Und ab geht's. Nein, das brauchen wir zur Zeit nicht. Ja, schön, dass unser Motor wieder richtig funktioniert. Wenigstens etwas. Ja, die Fischchen haben wir schon fotografiert. Wir können natürlich jetzt erstmal noch einen Abstecher in die Stadt machen, aber ich wäre dafür, dass wir wirklich erstmal an der Story uns binden und in die schwarze Insel gehen. Das ist auch wieder die Sache, wo ich eben meine, die Spiele sind wirklich interaktiv, bedeutet je weiter der Fortschritt ist, umso mehr verändert sich in der Welt. Also, es ist nicht so, dass du immer gleich die gleichen Sachen hast. Es verändert sich auch einiges. Das ist halt das, was mir sehr taugt. So, da ist die schwarze Insel. Hier sehen wir sie schon. Sogar mit Einfahrt. So wie es sein muss. Schwarze Insel ist da. Und da ist es schon der Kerstelag und fährt zuwilligerweise ein Cadillac. Vielleicht. Man weiß es nicht. Dagegen sieht unser Overcraft einfach mal mittlich aus. Zeugen gesucht. Die Verräter des Iris-Netzwerks sind irgendwo auf Hillis gelandet. Okay. Hohe Belohnung für alle Informationen. So, dann gucken wir mal, was der Mr. Dick Kerstelag von uns möchte. Hallo, Miss Jade. Mein Arbeitgeber, Mr. Dick Kerstelag, ist wie alle Hillianer an einem schnellen Ende des Krieges interessiert. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Doms zu bekämpfen, aber man sagt uns nicht die Wahrheit. Die Doms-Monster haben bereits jeden Winkel unseres Planeten infiltriert. Zwei Exemplare wurden unten in dieser Mine gesichtet. Wenn wir die Bevölkerung nicht warnen, wird sich ihre Anzahl radikal erhöhen. Mr. Dick Kerstelag ist bereit, eine sehr hohe Summe zu bezahlen, um Fotos von einem Paar dieser Monster zu bekommen. Dies ist eine sehr riskante Mission und es steht ihnen frei abzulehnen. Die Doms sind nicht unbedingt unsere Freunde. Sagen Sie Ihrem Boss, er bekommt das Foto. Okay. Hört sich ja schon mal interessant an. Speichern brauchen wir jetzt nicht unbedingt, wir haben noch nicht viel erledigt. Wir gehen einfach mal rein. Was ist denn hier? Okay. Blow. Ah ja, da sind schon mal wieder Tierchen. Direkt erst mal Foto machen. Erst wieder Money. Okay, abgelegt. Viel Glück. So, 400 bekommen. Wir sind sogar friedlich. Was ist das denn? Ein Starko. Hey, da ist was zum Essen. Nice, da ist er. Und da ist sogar noch ein Booster für unseren Hovercroft. Warum nicht? Und was ist mit ihm? Entschuldigung, Jade. Aktion. Ah, dafür habe ich nicht die Ausrüstung. Okay. Vielleicht finden wir später noch was, wo wir dann damit da durch können. Wie zum Beispiel eine Säge oder sowas. Oder einen Schweißbrenner. Wer weiß. Ja, die Tierchen haben wir schon fotografiert. Das ist auch so ein Armadillo. Den haben wir schon. Da oben ist auf jeden Fall was. Mal gucken. Wenn wir uns hier draufstellen. Kann der sich nicht hier draufstellen? Stell dich drauf. Ah, Aktion. Okay. Ist gut, dass wir ihn mitgenommen haben. Wir werden seine Erdwürmer schon finden. Okay. Alte Mine. Na, ich glaube, ich kann mich jetzt schon langsam wieder dran erinnern, um was es da geht. Oder was da drin vorkommt. Ich glaube, ja. Ja, doch. Jetzt. Ja. Deshalb positiv, wenn man das Spiel eben schon mal gespielt hatte. Haben wir den schon? Nee, nee, nee. Komm her. Foto. Hey. Jawohl. Na ja, Käfer. Danke, Jade. Fliegen sind... Sie freut sich über Fliegen. Erst mal her, Moin. Ähm. Reden. Irgendwelche Ideen? Jetzt ist wohl ein guter Moment, um dir meine neueste Erfindung zur Zeit. Zwei Jahre Arbeit unter größter Geheimhaltung. Das Ergebnis der Arbeit meines Lebens. Meine kleinen Juwelen, die Jetboots. Die Jetboots. Sie laufen mit selbstgemachtem Bio-Treibstoff. Hier ist die Tasche mit Druckmetan. Selbstgemachter Bio-Treibstoff. Und in der Sohle sind die zwei Turbo-Reaktoren. Um sie zu starken, musst du einfach den Hintern zusammenkneifen. Das Transportmittel der Zukunft. Ich warte auf dein Signal, Jade. Oh, wie ab geht's. Hat aber guten Druck drauf. Hey, was zuckt? Oha. Na ja, so oder so ähnlich. Cool. Falls du noch eine Vorführung möchtest, lass es mich einfach wissen. Möchtest du aber darauf? Genau. Warum hast du mir das verheimlicht? Naja, ich arbeite ja noch daran. Änder bloß nichts mehr, die sind perfekt. Dann können wir die hier runterlassen. Ja, genau. Dann kommt der auch drüber. Ah, ich glaube, hier können wir die Karte aktualisieren. Ah, ein Foto. Okay, ein Foto davon. Ja, okay. Da ganz hinten sehen wir das Ausrufezeichen. Da ist auf jeden Fall was am Start. Hinten ist was los. Aber vorerst haben wir hier zu tun. Hier ist ganz viel explosiver Treibstoff. Oder... Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, warte. Wie ging das denn? Ja, ich dachte schon, umsonst ist es da nicht. Nochmal ein bisschen was zum Mitnehmen. So, dann haben wir schon zwölf Starkos. Zwölf Herzchen können wir dann herstellen damit schon. Das ist heftig. Ähm, wie kriegen wir das hier weg? Ich glaube nur schlagen, oder? Okay. Helianische Bank zahlt fünf Einheiten für jeden Materie-Kristall. Oh, Materie-Kristall. Ich werde es prompto an die Bank transferieren. Wir zahlen mucho dinero für jeden Kristall. Naja, warum nicht, ne? So, was haben wir denn hier? Hier ist wieder was Explosives. Hey, Tati. Komm, schau dir das an. Das ist halt, der kann man schlagen, genau, ja. Das war's. Was soll ich denn mit anderen gucken? Er soll herkommen, ey. Wir werden ein paar Werkzeuge brauchen, um durchzukommen. Ja, das ist das gleiche Gitter, wie wir es schon vorhin gesehen haben. Da sollte es doch einen Werkzeugschuppen geben. Ja. Ah. Dafür habe ich nicht die Ausrüstung. Okay. Ich habe schon eine Idee, auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß noch ungefähr, was wir machen müssen. Hier, genau. Die Superaktion. Dafür habe ich nicht die Ausrüstung. Ja, komm doch her jetzt. Hierher. Superaktion. Jawohl. Uh. Uh, jetzt aber schnell. Ja. Okay, nochmal. So, ein bisschen Geld kann auch nicht schaden. Und dann gucken wir mal hier oben hin. Da sind wir hergekommen. Oha. Digga. Foto. Ey. Lass mich in Ruhe hin. Ich werde auch Foto von ihm machen. Kann halt nicht. Schlawiner. Oh, ich werde auch nicht hinschlagen. Oh, das Foto. Ja, das Foto sagt alles aus, würde ich sagen. Kürz vorm Gefressenwerden. Kürz vorm Gefressenwerden. Autsch. Du steuerst direkt auf der Tappen. Was war das? Krohax. Krohax. Hier werden noch mehr sein, Jade. Sie greifen immer in Zweier- oder Dreiergruppen an. Gut. Dann mal ran. Schieb. Schieb. Sitz fest. Okay. Hey. Drängel-Delta. Ah, ich muss die vorher noch da runterlassen. Okay. Ja. Jetzt sieht es schon begehbar aus, würde ich sagen. Ja, geht schon mal vor. Jawohl. Lass mich vorbei. Stell dir sich eiskalt den Weg, ey. Sekundärschacht. Okay. Ich hoffe mal, dass wir richtig gehen. Ah, nun mal schon. Mein Gott. Quall. Boah. Wie geht das rot wird. Hey, die Quellen sind da richtig aggressiv. Ach so, die Dinger konnte ich schießen. Okay. Das habe ich natürlich jetzt auch nicht mehr gewusst, doch. Ein paar Fotos schnell machen. Total vergessen hier, ey. Oh, naissa, naissa. Ja, war. Ich glaube, wir hätten die Dinger hier noch kaputt machen können, eigentlich. Aber gut, die Qualität hätte ich auch noch fotografieren können. Egal. Das ist genau die Art von Tierberichten, die ich mag. So. Ja, die Qualität hätten wir fotografieren können, aber ich glaube, wir sehen da noch mehr von den Quallen. Das war nicht das letzte Mal. Autsch! Ja, jetzt sind wir außen rumgegangen. Auch nicht schlecht. Hey. In diesem Schotten sollten wir was finden können. Eine Fliege. Ja, moin. Einfach eine Fliege im Schrank. Okay, was ist mit dem Schrank hier? Oh, da ist doch was. Hier, das überlasse ich dem Experten. Wow! Eine Zange. Eine Barranco D53 sogar mit Seitenschneider ausgestattet. Das ist was für mich. Oh ja, er schiebt sich erstmal irgendwo in die Tasche. Ha, auch nicht schlecht. Ähm. Hauptsache ein Automat steht hier. Und man kann sich noch ein paar Stakos kaufen. Okay. Ein Stakos stellt ein Herz der Liebensenergie. Ein Stakos stellt ein Herz der Liebensenergie wieder her. Ähm. Eine Nachricht haben wir bekommen. Öffnet die Augen. Die Alpha-Abteilung ist der Komplize der Doms. Werdet Mitglied im Iris-Netzwerk. Kürzeste Erklärung für euch. Ähm. Alpha ist ja die Verteidigungseinheit, sozusagen die Polizei der Hillis. Und Iris ist, ähm, sind diese Propaganda-Typen, die denken, dass halt Alpha mit den Doms zusammenarbeitet, also mit den Aliens sozusagen. Wie kommen wir wieder zurück? Ah ja, der hat jetzt die Zange, ne? Der kann jetzt bestimmt aufmachen. Ja. Easy going. Oh, Musik. Neue Karte. Ah, haben wir schon. Okay. Äh, gibt's hier sonst noch was? Ne, ne? Ne. Passt, dann gehen wir weiter. Wo kommen wir jetzt raus? Ist eine gute Frage, ja? Ich denke mal wieder am Anfang. Oder? Ne. Lol. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Okay. Also können wir jetzt hier lang gehen, oder? Hm, mal schauen. Mal sehen, wo wir rauskommen. Ah, ne, da sind wir doch... Da sind wir doch runtergegangen. Und dann sind wir doch bei diesem... Ne, 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 ich will da nicht lang. Oh. Hm. Ja, genau, deshalb kommen wir da wieder raus. Super. Hat's gebracht. Ja, dann gehen wir wieder. Gehen wir wieder zurück. Weißt du, was schön ist? Gleich nochmal. Da, 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 da. Oh, shit. Alter. Der hab ich aber jetzt... Digga, ich bin tot. Nein. Das erste Mal gestorben. Der hab ich aber echt gerade erschrocken hochziehen. Nee, nee. Nicht mehr normal. Oh, Digga. Schon wieder. Lass mich, lass mich in Ruhe. Ich werde auch Foto machen von dir. Ja. Die großen... Und die kleinen auch noch. Ja, danke. Ah, diese kleinen Medusas. Okay. Dieser Film ist voll. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Ah ja, nice. Stimmt. Für jeden vollen Film kriegen wir eine weitere Perle. Deswegen auch ziemlich wichtig, dass wir so viele Tiere wie möglich fotografieren, dass wir auch wirklich alle, möglichst alle Perlen bekommen, ja? Sag einfach mal, Jade! Lass mich mal auch vorbei hier. Oh, das bringt nichts, wenn wir den hinten abschießen. Ich hab gedacht, das bringt was. Ah, egal. Wir haben die Fotos bekommen, die wir auf jeden Fall noch wollten. Und das war mir jetzt wichtig. So, mal sehen, wo es jetzt weitergeht. Wir hatten ja noch in einer anderen Richtung diese eine Tür zum Öffnen jetzt. Ich glaub, da müssen wir jetzt aber auch hingehen. Ja, genau. Hier. Los geht's. Entschuldigung, Leute. Macht Platz für den Experten. Hm. So, was kann man denn hier kaufen? Konto, Identifizierung. Ah, dann kriegen wir ein Herzchen dazu. Nein, BB1 erhöht deine Energieanzeige um ein Herz. Ja, nice. Gut, dass wir das hier jetzt mitgenommen haben. Perfekt. Dann haben wir schon drei Herzen. Das ist schon ein großer Vorteil. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ein Starkurs stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Geld haben wir auf jeden Fall immer genug. Also, ich hab noch nie Geldmangel im Spiel, glaub ich. Ja, gut. Wie geht's? Ah, ah, okay. Okay. Puh, ohne mich, Jade. Hm, hm. Logisch. Hey, Jade! Zusammengleiben! Verdammt! Ja, guck mal, klar. Ja, guck mal, klar. Pass auf, was du sagst, Fräulein. Respektiere die Älteren. Hol sie dir, Mädchen! So, wie war das jetzt? Ich glaube, den Wagen, genau. Den Wagen hier rüberschieben, dass wir den dann anschießen können und dass der Wagen dann wieder rüberfliegt. Wäre für mich die logischste Erklärung jetzt. Oder rüberrollt, besser gesagt, fliegen. Jo, ist nicht so leicht. Äh, so, dann schon mal ungefähr hinstellen, dass wir den anvisieren können. Und, gib ihm. Jawohl. Das hört sich nicht gut an. Ja, hab ich mir so fast gedacht. Lass mich runter. Schnell, schnell, schnell. Danke! Weil, es sind echt viele hier. Jawohl. Okay, da hinten, glaube ich, kann man auch lang, oder? Was ist denn das da hinten? Da sind die ja zumindest rausgekommen. Oh, da kann man was fotografieren, oder? Leute, ich bin ehrlich, ich hab das noch nie gesehen, was wir jetzt gerade fotografieren. Eine Polypodiamöber? Mein Kompliment. Okay. Also, da war ich noch nie. Es ist mir noch nie aufgefallen, dass da was ist. Aber okay. Gut. Man lernt nie aus, ne? So, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, das Ding kann man auch fotografieren, hier, das Teil hier. Ist ja letztendlich auch ein Lebewesen. Verblüffendes Foto, Jade. Ja, danke. Okay, gut. Äh, dann machen wir hier die Aktion. Kein Problem. Du musst mir aufmachen, Jade! Aufmachen? Okay. Nur wie? Wo sind wir denn hier? Hier ist ein Stromgenerator. Hier ist... Ah ja, hier ist eine Taste. Ja, easy. Easy going. Ja, kommen wir doch rein. Guten Tag, Madame. Sie hatten ein halbes Schwein auf Toast bestellt. Alles klar. Okay. Äh, eigentlich muss er hier die Aktion... Genau. Diese Fliegen, ey. Nerven so hart. Okay, weiter geht's. Hauptschacht. Also, ich denke, wir sind ziemlich weit. Hauptschacht hört sich gut an. Oh ja, oh ja. Da ist direkt das nächste Tierchen, was wir fotografieren können. Und da haben wir jetzt den Zoom natürlich auch gut gebrauchen können. Meine Mathematiker-Kollegen sind von Nautilus-Muscheln fasziniert. Gut zu wissen. Okay, äh, was ist... Kann man das hier fotografieren? Haben wir sonst noch was krasses hier unterwegs? Nee. Okay. Was ist das denn? Möchten Sie braunen oder weißen Toast zum Omelette-Freulein trampeln? Oh. Oh, oh. Wie sieht die Dinger aus schon? Es gibt noch Palinurusse da unten. Bam, bam. Bam, bam. Sag einfach an, Jake! Bam. Okay, von der Klippe gestoßen. Geht auch. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, komm, Jake! Hohle sie dir, Mädchen! Jetzt! Ja, schade. Wenn da oben kriegen wir nicht. Nein, für den Hammer! Auf geht's! Ja, so, Gangs. Easy. Okay, was kann man hier machen? Ich wusste gar nicht, dass deine Zange auch eine Köln-Funktion hat. Modell D53, kleine Lady. Schneidet, würfelt, plättet. Okay, Aktion. Jo, nice. Jetzt können wir da auch noch hoch. Da gibt's ein paar K-Babs. Kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, Leute, wir haben so viel Geld. Also, an Geld, glaube ich, mangelt's echt nicht. Wenn man wirklich die Fotos so regelmäßig macht und es nie vergisst, dann sollte das keine Probleme geben. Wie zum Beispiel das hier. Wieder 500. Natürlich gibt's später nicht mehr so viele, wenn wir schon wirklich viel fotografiert haben. Aber am Anfang kann man da richtig viel machen damit. Aber am Anfang braucht man natürlich auch das Geld, ja? Ganz klar. Okay, das ist auch so eine... Haben wir ja schon, ne? Genau. Steht übers Hochkant. Ja. Okay, ja, die ist platt, hätte ich gesagt. Äh. Äh. Das sieht aus... Ja. Ein Ast. Nennen wir es mal Ast. Sieh mal. Die beiden Kreaturen da hinten. Was? Wo? Ach da. Da waren ihre Rissagen auf Fotopapier. Und auf zur nächsten Bank. Shit. Beide will ich sehen. Komm schon. Beide. Komm, beide. Jawohl. An die Castellac. Sobald Sie dieses Foto der Dom's Monster haben, schicken Sie sie an Mr. DeCastellac. Fantastisch. Ich leite es an Mr. DeCastellac weiter. Okay. Perfekt. Ja. Und das war der berühmte Ast. Das war der Ast. Und jetzt ist er weg. Joa. Passt mit dieser. Wir werden ihn zermalzen. Trollimax. Das ist eines der Dom's Geschöpfe. Ja. 3000 dafür. Wenn man es nicht macht. 3000 vergeigt. Also, wie gesagt. Wenn man wirklich die Folos macht, dann kriegt man genug Kohle. Ja, kommt da raus jetzt. Da. Easy. Oh, was haut denn jetzt raus? Easy Snack. Aber jetzt kommt ein paar Borax. Oh, der nächste oder was hier? Ja, hör mal auf hier. Was? Schon wieder? Wir nehmen los. Kein Problem. Halt nicht so viel aus. Oh, shit. Der hüpft auch noch rein. Bleib frei. Los geht's. Jetzt müsste man aber weg haben, oder? Wer hat der denn noch? Ah, jetzt kommt er wieder mit seinem Strahl. Ah, jetzt ist er schon ganz schön schnell. Ja, passt. Also, ich muss sagen, so ist schon easy, aber... Ja, ein Spiel für Jüngere, kann man fast schon sagen. Also, geht auch aus dem Weg. Ah, belastend. Also, nicht für Jüngere jetzt. Du bist einfach älter und damals waren sie noch nicht so knifflig. Meiner Meinung nach. Schade, 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 schade. Den hätten wir jetzt eigentlich haben können. Wenn er mir nicht im Weg gestanden wäre. So, easy. Kommt da raus. Da. Komm mal drauf. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Immer noch. Oh, da ist er weg. Haha, wie er guckt. Nice. Hahaha, nicht schlecht für ein kleines Mädchen und einen abgehangenen Schick. Wir haben es geschafft, Paige. Ganz gut für einen alten Mann. Eine Perle. So, dann haben wir jetzt schon wieder zwei Perlen. Fünf Perlen brauchen wir für diese verstärkte Waffe. Wenn du mich fragst, da ist etwas faul an diesem Handy Cadillac. Glückwunsch, Miss Jade. Sie haben... Moment. Mit Ihrem Boss habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Mr. DeCastellac hat es eigentlich nie gegeben. Schätze, ich schulde Ihnen eine Erklärung, Miss Jade. Alter. Tricky. Ja, da würde so ein Mini-Taxi. Irgendwas, Tarnung. Steigen Sie ein. Okay. Wie kommt man jetzt da rein? Wir müssen auf jeden Fall aber nochmal in die Höhle rein. Miss Jade, Sie haben den Situationstest voll und ganz bestanden. Da gab es ja noch den anderen Raum. Situations-Test? Ja. Bitte verzeihen Sie diese kleine Scharrer. Mein Name ist Han. Ich arbeite für das Iris-Netzwerk. Iris? Die Rebellenorganisation? Ja, die Rebellen. Wir kämpfen gegen eine Bedrohung, die niemand kennt. Wenn nichts geschieht, wird die gesamte Bevölkerung vernichtet. Ach, mit Hilfe der Alpha-Abteilung können wir die Doms zurückschlagen. Die Alpha-Abteilung ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Für jeden, den Sie retten, entführen Sie zehn andere. Aber die Alpha-Abteilung beschützt uns seit Generationen. Sie kümmern sich um die Verwundeten, schlagen die Doms-Angriffe zurück. Ja, so zerstreuen Sie jeden Zweifel und erschleichen sich Ihr Vertrauen. Sie saugen alles Leben aus diesem Planeten, so wie Sie es zuvor schon mit Hunderten gemacht haben. Die hilianische Regierung hatte keine Zeit zu reagieren. Sie wurde komplett überrumpelt. Aber wir können die Alpha-Abteilung stoppen. Und wie genau sollen wir das anstellen? Sie sind sich bewusst, dass ein Aufstand der Bevölkerung eine Katastrophe für Sie wäre. Ja, nice, der hat uns zurückgefahren. Bringen Sie Beweise für diese Verschuldung und der Sieg wird unser sein. Mehr als je zuvor braucht das Iris-Netzwerk Leute wie Sie, Jade. Helfen Sie der guten Sache. Wenn Sie sich für uns entscheiden, kommen Sie zur Akuda-Bar. Fragen Sie nach Peepers. Es ist allein Ihre Entscheidung, Jade. Sagten Sie Peepers? In der Akuda-Bar. Und vergessen Sie die Losung nicht. Sicher in Ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Sicherheitsmaßnahme? Diskretion ist der Schlüssel. Übrigens fast hätte ich Ihre Belohnung vergessen. Was ist jetzt die Belohnung? Also, was hält voll ein Jade von diesem Hokus-Pokus? Wer abhebt? Wenn es ein wenig den Krieg gibt, dann müssen wir ihm gehen. Richtig abgehoben, der Kerl. Oh ja, 3000 haben wir bekommen. So, ist akzeptabel, ja. Passt. Wir sollten rausfinden, was hinter all dem steckt. Was ich noch machen möchte, ist schnell diesen Raum hier hinten angucken. Wo war der denn gleich nochmal? Ja, das machen wir noch schnell. Da habe ich jetzt echt noch Bock drauf. Ich muss unbedingt wissen, was da hinten drin ist. Komm, mach den Scheiß auf hier. Nice. Okay. Ach ja. Ach ja. Guckt mal, was wir da gefunden haben. Wie nice. Gut, dass wir noch nachgeguckt haben. Wir haben jetzt schon vier Leben. Das ist natürlich schon geil jetzt, ne? Mit vier Leben. Ja, auf jeden Fall nicer, nicer. So, dann würde ich sagen, wir haben hier alles erkundet. Wir werden jetzt hier auch speichern. Ja, das war Folge 2 und wir haben jetzt das Spiel ungefähr eine Stunde gespielt und ich finde, in der einen Stunde ist schon richtig, richtig viel abgegangen. Ja, wenn euch das Spiel immer noch gefällt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst es mich auch so wissen. Daumen nach oben, würde mich natürlich freuen und wenn es euch nicht mehr so interessiert, dann schreibt es mir auch gerne rein und schreibt, ja, ich weiß nicht und das und das hat mir jetzt nicht so getaugt. Würde mich natürlich auch interessieren, was ihr so über das Spiel denkt. Deswegen, eure Meinung ist wichtig, lasst es mir in den Kommentaren da. Dankeschön fürs Zugucken, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Spiel. Haut da rein!